Musik Ja, dieser schwarze Engel hinter mir ist das Markenzeichen der Möbelmarke Mailand. Somit herzlich willkommen bei Oberösterreich Wohnen, heute aus dem Mailand-Schauraum in Linz. Ebenso zeitlos wie exklusiv ist eine der schönsten Immobilien Oberösterreichs am Linzer Freienberg. Der Besitzer möchte nicht genannt werden, aber er zeigt uns sein Reich. Ein Smart Home, absolut durchdacht und durchgestylt, Viktoria Ratz. Musik Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kammer der Ziviltechnikerinnen für Oberösterreich und Salzburg. Musik Von außen modern, dabei fast schon unscheinbar. Gerade Linien, wenig schnickschnack große Fenster. Innen eine aufgeräumte Gemütlichkeit. Da und dort ein Deko-Accessoire, viel dunkles Holz trifft auf hellen Stein. Musik Wir haben geschafft, alle Steinoberflächen mit den Holzoberflächen zu kombinieren. Es gibt nur diese eine Steinfarbe, es gibt nur eine Holzfarbe und das zieht sich durchs ganze Haus, von der Tiefgarage bis zum Schlafgeschoss durch. Musik Insgesamt gibt es drei Wohnetagen. Alle verbunden durch Technik, Smart Home zu Hause und für unterwegs. Vom Wohnraum bis zum hauseigenen Wellnessbereich. Es wird schon über das Smart Home die Sauna eingeschaltet, dass sie zum Zeitpunkt des Ankommens schon warm ist und alle diese technischen Feinheiten. Und das noch abstimmen mit den Verkleidungen, mit den Steinverkleidungen, mit den Möbeln, dass sich wieder auch in diesen Wellnessbereichen diese eine Materialität durchzieht, das war schon eine besondere Herausforderung. Nicht nur im Wellnessbereich, dunkles Holz auch in der Küche. Diese ist unsichtbar. Keine Spur von Kaffeemaschine, Kühlschrank oder Geschirrspüler. Alle Geräte und die ganze Infrastruktur ist hinter einem Wahnverbau versteckt. Und es gibt dahinter, was vielleicht auch ein bisschen eine Trendgeschichte ist, eine Wirtschaftsküche, die dann eigentlich alle wichtigen Parts enthält, wie den Gefrierschrank, einen zusätzlichen Geschirrspüler, eine Abwäsche. Das heißt, man hat Gäste, kann das ganze Geschirr unmittelbar in die Wirtschaftsküche verräumen und zu einem späteren Zeitpunkt dann sauber machen. Ob unsichtbare Küche, Wellnessoase, Fitnesscenter oder Ankleidezimmer. Bis ins kleinste Detail wurde alles von dem Architektenbüro 2 in a Box geplant und umgesetzt. Auch die Einrichtung. Von der passenden Couch im Wohnzimmer bis hin zum Luster über dem Esstisch. Jedes Bauwerk löst ja soziale Effekte aus, Emotionen beim Gegenüber aus, Nutzungsvorteile aus. Es ist einfach schön, die Umwelt zu gestalten, damit verantwortungsvoll umzugehen und Dinge nachhaltig zu beeinflussen. Im privaten Bereich und im Wohnen eine Familie glücklich zu machen, die dann im Idealfall nicht sagt, man müsste ja dreimal bauen, damit man weiß, wie es geht, sondern damit es beim ersten Mal funktioniert und im Idealfall, wie gesagt, eine Familie ein Leben lang glücklich in ihrer Wohnsituation oder bestmöglich beraten ist. Das macht Spaß und das bleibt an unserer Arbeit schlussendlich übrig. Vor mittlerweile 17 Jahren gründeten Christian Stummer und Andreas Viereder ihr Architektenbüro. Bis heute sind sie ihrer Philosophie treu geblieben. Wir als Büro oder als Architekten, als Büro-Credo, als Büro-Philosophie stellen im Grunde den Bauherrn in den Mittelpunkt. Und nicht unbedingt Moden oder Hochglanzzeitungen oder auch das Internet mit allen Trends, die es da gibt. Die gibt es natürlich. Einerseits technologisch verändert sich viel, inhaltlich verändert sich viel. Trotzdem bleibt wohnen, sehr privat, sehr intim, sehr menschlich. Das zeigen etwa auch Studien. Je digitaler und schnelllebiger unsere Welt wird, desto stärker sehnen wir uns nach dem Gemütlichen. Und das ist auch in hochmodernen Häusern zu finden. Wenn auch ein bisschen aufgeräumter.